So Leute, ich bin's wieder Tartendeformstart. Heute eine offizielle Ansage an Tanzverbot. Also lieber Kilian, warum machst du immer so leckere McDonalds Videos? Ich hab so Hunger gekriegt, da hab ich natürlich auch McRib holen müssen. Oh Mann, ey. Ich wollte heute eigentlich nichts mehr essen, aber schau euch das Video halt an, wie du den Big Me, den McRib isst. Und ich krieg voll Hunger auf McRib. Oh, McRib. Aber die guten mach ich nicht. Die steckt gut. Einfach einer der besten Burger, was der McDonalds überhaupt hat. Ja, das war's eigentlich Kilian. Ich wünsch noch, dass du dieses Jahr deine eine Million Abonnenten bekommst. Und noch einen guten Start ins neue Jahr. Tschüss Kilian. Bis zum nächsten Mal.